Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der Herobrine Ähm, aber ich muss schon sagen, okay Ich bin Scout, weil ich vergessen habe, eine Klasse zu wählen Und ich musste meine Grafikeinstellungen höher stellen, sonst sehe ich den natürlich nichts Ähm, ich versuche mal heute eine normale Runde zu spielen und nicht Herobrine zu werden Ich hoffe, dass irgendwie fast jedes zweite Spiel Es ist schwer, mal als Nicht-Herobrine aufzunehmen Aber ich versuche es Wow Eigentlich hätte ich Wizard genommen, aber Ah, hä? Och, der hat sich Jetzt komm schon Alter, wie wenig Leute auf dem Server sind Das hier ist ein US-Server, die sind fast nie voll Und hinzu kommt, dass ich noch gerade am Morgen spiele, so um 10.54 Uhr gerade Und gleich ist es 10.55 Uhr Also Jetzt geht Was war das für ein Ton? Egal Also, jetzt müsste ich gleich mal die nächste Schatz spawnen, damit wir eine Chance haben, weil Herobrine nur gegen 8 Leute kämpfen muss Und schon ein paar tot sind Und genug zu sein 2 Und da hinten wird gekämpft, da gehe ich mal Um sie zu beschützen, weil scheiße, wenn wir noch mehr verlieren Ach, andere Seite Run! Ach, hatte ich schon einen, ne? Zack Komm, sollen wir sie ein Ja, ich hab's doch Gut Äh, ja, das wird ziemlich knapp Ich bin so karma geil Wett nicht sterb jetzt Könnt ich mir vorstellen Die Custom Sounds gehen übrigens nicht Die Webseite ist irgendwie down Ziemlich scheiße Ich wollte heute mal wieder mit Custom Sounds spielen Und dann ist die Webseite einfach nicht online Okay, ich sollte mal mich beeilen, bevor Herobrine hinter mir ist Ah, du rein, verdammt Wow Ah, renn 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 Beschützt mich doch, ihr Gut, hier bin ich mal ein bisschen safe Okay, der greift jetzt den an Ähm Boah, komm A Shard has spawned Los, 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 los Da drin Eindeutig Meine Renn Beschützt mich und renn Mein letzter Wille ist es Diese Shards zum Enchantment Table zu bringen Ähm Links oder rechts? Links Sorry, meine Stimme, wie gesagt, ist morden Und Wie auf Kommando wird meine Stimme rauer Ähm Äh, Shard of Pestilence Die heißt anscheinend jedes Mal anders Oh, alter Schnell weg hier Ach, der ist Mensch, der ist Mensch Greift ihn an Hä? Wo ist der? Ah, da, 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 ich seh, ich seh, ich seh Optifine ist wieder drin Ja, ja Ja Scheiße Nein, nicht bei den JTL Du bist blöd Okay, wir sehen uns gleich wieder So, da sind wir wieder Im nächsten Spiel Und in zwei Sekunden sollte es gehen Ähm Los Satellite Game, good luck Okay Ich bin jetzt Wizard Habe ich nicht verpennt, die Klasse zu nehmen Zack Und Jump Direkt mal hier runter Und zum Shardplatz gehen, wo die meisten Shards spawnen Also an der Küste, am Strand da Ähm Wow Äh Ach, scheiße Genau auf der anderen Seite War das nicht so Ah, ne, da oben Okay Ah, ne, hier drin Okay, gut Gefällt mir Like Äh, schnell nach oben Schnell Okay, ich bin jetzt auch gut verzichtet Shard of Fury Okay Wow Snake, I got your back Hä Was ist damit gemeint Wow Okay Okay Weg, weg, weg Wow, 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 wow Was hätte mich getroffen Das war ziemlich scheiße ausgegangen Jetzt hat er seine Tränke verschwendet Ich gehe aber lieber zu Shard Weil Wenn er unsichtbar ist Haben wir eh keine Chance Zack Oh, jetzt ist da schon einer Schade, schade Und hier kann man auch hoch Hier kann man hoch irgendwie Ich habe auch schon wieder vergessen Wie Habe ich mal geschafft Da ist so eine kleine Mini-Höhle Irgendwo ist da so ein Geheimgang Oder so Vollgeheim Uh Hier glaube ich Ja, das war's Und hier sollte irgendwo die Shard sein Wo war der denn jetzt Okay Dann gehe ich mal schnell wieder zum Spawn Zum Enchantment Table Und warte da auf den Und gucke, ob Pure Robin irgendwo in der Nähe ist Also hier ist er schon mal nicht Und über mir auch nicht Das ist gut Was, ist das schon da? Oh Würde ich sagen Hat sich das Hochgeheil nicht gelohnt Egal Wieder runter Oh Wir haben gewonnen Sieht man oben das Feuerwerk Also, äh, ja Nächste Runde So, da bin ich wieder Und auf der Neuen Map, genau Äh, ich bin drauf gejourn Und in einer Sekunde Ging sofort das Spiel los Das war ziemlich Praktisch Nicht lange warten oder so Aber auf der Shard Krieg ich fast nie Auf der Map Krieg ich fast nie Irgendwelche Shards Vielleicht wisst ihr auch Dass ich gerade selbst Eine Map baue Ich hab keine Ahnung Ob die angenommen wird Oder so Aber Ich persönlich finde sie Besser als diese Vom Gameplay Oh Ich hab ne Shard Und da ist hier so rein Danke, ihr beschützt mich Wow Ah Wow, halbes Herz schaden genommen Nur zum Glück Ei, 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 ei Bald hab ich 1500k Mal, wenn ich die Shard Zurückbringe Äh Okay, er kommt nicht Wow Willst mich verarschen Dann würde ich mich Von da hinten abknallen Okay Und ich hab schon wieder Vergessen eine Klasse zu nehmen Jetzt bin ich wieder Scout Egal Naja In der Zeit könnte ich auch Keine Klasse wählen Das war ein bisschen Knapp Und 1500k Yeah Ich würde sagen Wir suchen Direkt Hier Ähm Die nächste Shard Bevor hier noch mehr Menschen tötet Okay Okay, da Also wie gesagt Ich baue gerade eine eigene Map So eine Wüsten Map Mit Ruinen Zeugs Und so Ich weiß nicht, ob die fertig ist Wenn ihr das hier seht Aber Ja Ich hab ein paar Trailer hochgeladen So als Updates Immer wieder neue Trailer Die dann auch auf dem Forum Da gepostet wurden Und die Map kam ganz gut an Ich wurde in so ein Bauteam aufgenommen Ach, scheiße In so ein Bauteam auf der Hero Brain Wurde ich aufgenommen Baue ich dann Maps mit So große Und ja Team Hero Box ist es Falls ihr es wissen wollt Ihr wollt es wissen Ihr wollt es wissen Wo ist denn jetzt Der Typ mit der Shard Lol Also wenn ihr das gerade alles im Chat mitgelesen habt Äh Wisst ihr, wie ich euch jetzt lol gesagt habe Ich dachte gerade meine nach vorne Taste Meine Fall nach oben Taste wäre jetzt kaputt Zum Glück nicht Zum Glück nicht Und wo ist denn Wow Wir werden es hinter mir Wir werden es hinter mir Nur weil ich eine Schad aufgesammelt habe Und die Runde davor auch zwei Ah Ist die Schad schon gespawnt? Nein, ist nicht In dem Haus In dem Haus In dem Haus Mein Haus Scheiße Nicht in dem Haus Neben dem Haus Okay Hä Wart der Wart der Auf dem Haus Oder wie Wow Ich höre Fledermäuse Schnell weg Ich hab sie gesammelt Ich werde sterben Ich werde sterben Ich werde sowas von sterben Ich werde sowas von sterben Wenn ihr mich nicht beschützt Ich werde sowas von sterben 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 Oh Rettet mich Ah Fledermäuse Hier Neben mir Okay Oh Das ist der Kompass Wow Alter Okay Da habe ich die Schad abgegeben Und eine Sekunde nach Wurde ich Ewig in die Luft gesprengt Ich würde sagen Ich mache mal hier F1 Und gucke zu Hier wird eh sterben Aber ich will das mal Alter Was geht F8 Sieht das noch episch aus Oh ja Hero Brand flieht Hero Brands Flucht Vor den Überlebenden Er will Er will seine Identität geheim halten Mit seinem Pfeil In der Brust stecken Okay Wir haben gewonnen Ich würde sagen Eine Runde Gibt es noch Und Ja Bis gleich So Da sind wir wieder Nach dem Cut Und Ich mache so lange Mal das Jump and Run Auch wenn ich in der Aufnahme Da eh sowas So ein Fail Immer Hopp Und Der Rekord liegt bei 10 Sekunden Oder 9 Sekunden Glaube ich Habe ich schon mal versucht Zu knacken Aber leider nicht geschafft Wer hat das gedacht Bei meinen Jump Skills Hier So Alopsti Ist die Hero Brand Oder was steht da Klopsti Keine Ahnung Auf jeden Fall Auf jeden Fall Jedes Mal eine andere Map Das freut mich Ich stelle mich hier hin Vielleicht spawnt ihr hier Ja Komm 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 Hallo Hatte schon Hoffentlich auch so ein Camper Wie ich Ja Da habe ich Gut Ich habe dann nämlich Fledermäuse gehört Fledermäuse sind böse Und ich habe jetzt wieder Voll coole Musik Dahinter gespielt Schreibt mir übrigens Eure Meinung der Musik In die Kommentare Könnte sein Dass euch die Musik Überhaupt nicht gefällt Und die andere haben wollt Von irgendwelchen anderen YouTubern Die das frei zur Verfügung stellen Natürlich Nicht äh Leute Die Das Die Corporate Musik Produzieren Das Wow Nein Das ist mein Platz Danke Okay Da hinten beim Roten Da war auch nur eine Komm Komm Ja ich beschütze dich Auch wenn hier Wenn nirgendwo ist Aber Beschütze dich trotzdem Wir haben so ziemlich gewonnen Vor allem weil das schon Die zweite Chart ist Und es endlich nicht rein tut Ah doch So Ich würde sagen Wir gehen mal zum pinken Ich gehe normalerweise immer zu Den kleinen Stationen Jetzt gehe ich mal zur großen Hallo Nein du gehst hier nicht hin Das ist meins Alles meins Meins Und hier spawnst du mich War ja klar Jump 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 Genau auf der anderen Seite Aber wirklich genau auf der anderen Seite Also Wirklich perfekt Ja das ist Ja Nein Meine Wow Nein 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 Gut Geheilt Das war knapp Hätten mich fast runtergeschubst Das war scheiße gewesen Oh Lass mich in Ruhe Ich will nur die Chart dahin bringen Oh Das war jetzt mal knapp Muss ich sagen Ich gehe mal rechts lang Um den Weg abzuschneiden Ich bin hier Hoffentlich bin ich auch schneller als Hero Soweit ich weiß Hat Hero Speed Dauerhaftes Speed Potion Ähm Ja Nicht getroffen Ey ich hab dich doch geschlagen Du bist doch blöd Okay Ähm Ja ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Das war jetzt die letzte Runde Also Für diesen Part natürlich Ich werde natürlich weiter aufnehmen Weil das Bock macht und so Also ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Und Tschau Leute Tschau Leute Tschau Leute Tschau Leute Tschau Leute Tschau Leute Vielen Dank.